Internationale Erfahrung, Klarheit und Begeisterung für Marken sind das, was Tanja Lenz Strategy for Brands auszeichnet. Unser Unternehmen hat sich auf die Beratung rund um das Thema Marke spezialisiert. Was mich antreibt, ist meine Neugier auf Menschen. Unterschiedliche Kulturen, Bedürfnisse von Menschen in verschiedenen Ländern, das finde ich total spannend. Dafür habe ich im Ausland studiert, ich habe im Ausland gearbeitet, ich war in den großen Metropolen, aber ich bin halt auch immer gerne mal aufs Land gegangen. Ein Semester in der Auvergne, in einem Ort, den keiner kennt. Oder dann zuletzt zum Beispiel zwei Jahre noch nach Helsinki zu gehen. Nicht nochmal nach London oder Paris, sondern die skandinavische Perspektive kennenlernen. Das war total spannend. Und dieses Wissen, diese gesammelten Insights, wie wir das nennen, zu überführen in eine erfolgreiche Markenstrategie, Marken dabei zu helfen, groß und zeitgemäß aufzutreten, das treibt mich an. Dafür stehe ich morgens auf. Dieses genaue Hinschauen macht den Menschen aus, der beim Thema Marke auch keine Kompromisse macht. Wir erarbeiten maßgeschneiderte Konzepte und inspirierende Strategien, um große und kleine Marken zeitgemäß zu entwickeln. Ich kann gerne im Rampenlicht stehen, muss es aber nicht. Ich arbeite auch gerne als Ghostwriter hinter den Kulissen. Ich entwickle komplette Strategien und überreiche sie dann oder ich entwickle sie zusammen mit dem Kunden. Und das Ergebnis lässt sich dann den Kunden präsentieren, intern oder auch extern, sodass der Kunde glänzt und ich einfach nur dabei geholfen habe, das nach vorne zu treiben. Strategy for Brands arbeitet für kleine Agenturen, die sich Spezialistenwissen für bestimmte Projekte ins Team holen wollen. Für große Agenturen, die nicht für alle Bereiche einen Experten einstellen können und auf Unternehmensseite für Firmen, die gerade starten, weiter expandieren möchten oder frischen Wind von außen für einen differenzierten Blick auf das Unternehmen benötigen. Der Unterschied ist, dass ich die meisten Tools der großen Agenturen und Beratungsunternehmen kennengelernt habe und auch anwenden kann. Ich kenne die, aber ich glaube nicht daran, dass es sinnhaft ist, immer nach dem gleichen System vorzugehen und immer die gleichen Tools zu nutzen. Deswegen finde ich es total spannend und es ist mir eben auch durch die Erfahrung möglich, aus meinem ganzen Werkzeugkasten das Richtige für die Aufgabe und auch für den Kunden auszuwählen und anzuwenden. Marke ist Marke und da ich von Auto über Food, Finanzen, Konsumgüter, Luxusgüter alles gemacht habe, ist es mir eigentlich möglich, so ziemlich jede Marke zu betreuen. Mit einem kleinen Team an freien Mitarbeitern kann Strategy for Brands so fokussiert und absolut zeitgemäß für den Kunden tätig sein. Und bei einem kann man sich sicher sein. Die Faszination an ihrer Arbeit ist der Motor für die besten Strategien. Das ist mir irgendwie gut, aber sich für die K personeller zu betreuen. Und bei einem kleinen Team an die Vorheader an dabei ist der Motor für die Karte zu betreuen. Und bei einem kleinen Team an die Vorhärtung zu betreuen. Und bei einem kleinen Bedürfunkern, die Taubere mal wieder auf der Hauptstadtflans combo zu betreuen, dass dieses Spricht, die sich gerne in der деньги oder so verb quirkt ist, Vielen Dank.